Und wenn es dann weiter weg ist, kann ich nichts mehr machen. Und wenn es dann weiter weg ist, kann ich nichts mehr machen. Alles, was man für Molli braucht. Also ehrlich, ich würde die ja gerne die Türe aufmachen. Aber das möchte irgendwie nicht so ganz. Okay. 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 Jetzt wird jetzt mal wieder gelootet. Okay. 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 Das sollten wir. Eric Griggs 111. Die Zahl geht immer wieder runter. Ich habe leider Gottes immer noch nicht den Flammenwerfer. Den hätte ich da eigentlich gerade kriegen müssen, aber der lag dann nirgends wo. Oh, die Stelle. Okay, ich weiß halt echt noch, was ich machen muss. Gut. Jetzt looten wir vorher noch. Ja, eigentlich wolltest du das Ding nehmen zum drüberspringen. Ich weiß. Nice. Nice Loot. Okay. 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 Okay, wir sind drin. Komm Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Danke. Sehen wir uns um? Ja. Und ich habe hier irgendwo ein Katzenhaar. Der jetzt ist weg. So spätestens hier müsste ich doch jetzt eigentlich den Flammenwerfer kriegen. Den hatte ich nämlich tatsächlich sehr gerne, den Flammenwerfer. Okay, was haben wir denn? Okay, was ist das? Okay. Okay. Jetzt folge. Ach so. Ach komm. Wir nehmen ihn zwar fast nie her. Aber egal. Äh, das hier. Hier. Die hier. Die hier. Okay. Schade, dass es nicht Blautergriff gibt. Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Ich erinnere mich. Aber ich werde nicht spoilern. Aber es könnte sein, dass die Folge vielleicht ein bisschen kürzer wird. Ich weiß es noch nicht, ich weiß es noch nicht. Also die Aufnahme, ich weiß es noch nicht. Vielleicht machen wir auch die zwei Stunden voll. Wir werden sehen. So, Molotovs verbessert. Hier liegt alles aber nicht. Nicht das, was ich haben möchte. Okay. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Oh, da hat's gerade ordentlich gelenkt. Wo ist mein Flammenwerfer? Hm. Das gefällt mir jetzt gerade mal so gar nicht, ne? Das gefällt mir jetzt gerade mal so gar nicht. Keine Leichen. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Ja, keine Leichen ist tatsächlich gut, aber... Ist auch nicht gerade besser, niemanden hier zu haben. Das gefällt mir jetzt. Ein Schuss. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Röntgenbilder des Pilzwachstums im Gehirn eines Patienten. Immerhin keine Klicker. Feuerfleiß auch nicht. Tja, vielleicht sind Sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Weiter suchen wir, werden das finden. Ich habe es nicht so gut, wenn ich es nicht so gut, wenn ich es nicht so gut. Oh, ja, das ist doch klar. Wenn Sie die Firefly suchen, Sie sind weg. Tch, was du nicht sagst. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu schicken. Ganze scheiße reine Zeit verschwinden. Das nicht mitmachen. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort, dabei die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind das Fireflies? Deckung! Nein. Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Nehmen wir mal erst mal die hier. Oh, Junge! alter verrückter mongo muss man mich so erschrecken hier oder was ich hab euch doch noch nichts getan noch nicht ich hab zwar eigentlich hier schon komplett gelootet aber man kann nie oft genug looten und Was ist das? 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 Ich will das? Was ist das? Was? Was? Okay... Was? Okay... Oh Gott... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Mist! Was ist das? Was ist das? Okay... Ich glaube... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?